16. September 2029. Seit gestern ist es mir verboten, mich in irgendeiner Form öffentlich zu äußern. In der Hellström-Affäre ist nun erwiesen, dass der ehemalige Redakteur des Verlages FNN falsche Informanten zitiert und Fakten gefälscht hat. Keine Terroristen, die sich identifizieren. Hat jemand Zugriff auf das Haus? Ach, wie denn? Das Netzwerk ist völlig beschlossen, eigener Server. Die Kommunikationsdaten sind davon getrennt, maximal verschlüsselt. Du bist die Sympathie, wie viel? Das Haus kennt keine Absicht. Es handelt auf der Basis unserer Daten. Pass auf dich auf und auf Lucia. Bleibt im Haus, ja? Die rufen ja gerade die nächste Terrorwarnstufe aus. Das Haus reagiert nicht mehr auf uns. Es macht, was es will. Liegt jetzt endlich das Gewehr weg! Lucia sagt, wir sind hier sicher. Du hast sie hergebracht. Hierher! Wir dürfen nicht zulassen, dass sie unsere Freiheit zerstören und die nächsten Unruhen beginnen. Den Rucksack! Lass! Tösslich! Das hier ist der sicherste Ort der Welt. Lass! Treue! Das hier ist der sicherste Ort der Welt. Tösslich! Vielen Dank.